Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen auf YouTube bei eurem MH261015, der Wetterrunde Battlefield Hardline. Wir spielen heute Nightjob, erober und groß, das Ganze auf einem 64-Spieler-Server. Momentan sind es so viele drauf. Diesmal bin ich heute alleine. Ich würde sagen, wir sehen uns nach einem kleinen Cut-In-Game wieder. Bis gleich. Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind in-game bei Nightskills oder wie auch immer die Kack-Map da heißt. 900 Tickets und haben hier eine gediegene Runde, kleine Runde. Noch sind wenig Leute, die hier online sind. Servus. Ja, ich bin gerade frisch gespawnt, ich brauche keine Munition. Welcome to Wiskeral, Battlefield Hardline Conquest, Official Europe, bla bla bla. Momentan gibt es ja so eine Aktion bei... 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 Ähm... Man... Ich meinst, ich kann gerade... Ich meinst, ich kann gerade reden. Sorry dafür. Momentan gibt es eine Aktion bei Origin, dass sie öfters im... Aufs Haus... In der Aufs Haus Rubrik... Ja, jetzt ruft meine Freundin an. Kann jetzt nicht. Ähm... Aufs... 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 Aufs Haus Rubrik... Ähm... DLCs von... Battlefield umsonst gibt. Jetzt habe ich schon alle drei DLCs von Battlefield Hardline... Bei der Aufs Haus Rubrik umsonst bekommen. Jetzt fehlt mir nur noch Robbery. Entweder muss ich mir das kaufen oder wegen dem dann wieder Battlefield Hardline holen. Weil eigentlich... Ich weiß nicht, ob sich Battlefield Hardline jetzt noch für dieses Spiel lohnt. Weil... Das Spiel sowieso nicht so gut besucht ist. Meiner Meinung nach. Das Spiel... Ist nicht gut besucht. Jetzt bin ich mir am überlegen, ob ich mir das DLC Robbery holen soll oder nicht. Könntest du gerne mal in die Kommentare schreiben. Na, der hat besseres Ende wie ich. So. Ab zu B. Ist wieder umstritten. Ja, das können wir vergessen. Wir können uns mal beim Team gucken. Squad beitreten. Der sollte besser sein, der Squad. Warum ich? Der überlebt ja. Der hat beide platt gemacht. Ernsthaft? Oh, nice. Cobra, Cobra holographisch. Kaufen. Es gibt schon Zubehör. Es gibt kein Zubehör. Ja, kann ich bei euch jetzt beitreten oder nicht? Der ist jetzt... Die Zubehör. Der intuitiv. Es gibt kein Zubehör. Der Tör. Der Tör. Das ist schon so gut. Der Tör. Ja, da kann ich auch nicht mehr in die Zubehör. Und da kann ich auch nicht mehr im Weg nehmen. Ich weiß nicht mehr, dass ich jetzt... Aber ich kann ja auch nicht mehr in die Zubehör mit dem Weg nehmen. Nein! Ach, wie gut er ist. Ach, wie gut er ist. Ach, wie gut er ist. Was, Molotov-Cocktail, macht er dich so schnell kaputt? What? Bitte? Ich habe heute noch keinen Counter-Strike gespielt. Das liegt daran, dass ich so schlecht bin. Nein, Spaß. So, M16A3 sollte eine gute Waffe darstellen. Oh, da kriegst du ganz schön Damage davon. Ach, wer wirft denn hier die ganze Zeit Giftgas, Alter? Nein, da habe ich gerade Dings hingeworfen. Das gibt es doch nicht. Verdächtiger eliminiert. Halb so will. Ah! Dieser Monotov soll ja sehr wirksam sein, oder was? Also, wir haben ein Gebiet verloren. Behind! Ach, ich wollte schon wieder... Ich wollte schon... Ha! Wie bei Counter-Strike hardrücken und behind schreien. Geil. Boah, bei Enforcer viel tut es echt nicht mehr viel, ne? Was gibt es denn an Ausrüstungsgegenständen, Neues? Ja, gut. Da gibt es bestimmt neue Waffen. Ja. Das ist aber auch nichts Besonderes. Wir spielen aber die M16A3. Okay. So, Beitritt. Achtung, Verdächtiger haben ein Polizeigegebiet übernommen. Hol mir die Küche vom Hals! Wir haben das Gedächtung gestellt. Hier kommt die Vermittlung. So, kommt auf! Hey! ... Ah! Ich habe einen Verdächtigen erwischt. Alle Einheiten, auf den Verdrücken zur Kontrollen ins Gebietsflug. Keine neue Unterstützung erforderlich. Sehr gut. Einsatzgebiet gesichert. Untertitelung des ZDF, 2020 Na, warum machten die 870 MTS so viel Lähnig? So wenig Schaden. Das regt mich auf. So viel Lähnig. Was ist das? Das gibt's doch nicht. Die verfolgen mich doch überall. Jetzt ist unsere... Unser Squad wieder scheiße. Schon wieder? Ich spann doch grad. Du spasst. Du spassierst, du spassierst, du spassierst. Du spassierst, du spassierst, du spassierst. Du spassierst, du spassierst, du spassierst, du spassierst. Du spassierst, du spassierst, du spassierst, du spassierst. Du spassierst, du spassierst, du spassierst. Du spassierst, du spassierst, du spassierst. Diese Fall, Alter, was hat der da für eine kranke Waffe? Ich spassierst, du spassierst, du spassierst. Wie? Du spassierst, du spassierst. Geht doch. Schon wieder der mit seiner komischen Shotgun, Alter. Jetzt reicht's hier. Kann ich jetzt in einem anderen Squad passen? Ach, ich bin immer noch in dem Loser-Squad da, Alter. Meine Shotgun bringt's nicht. Meine Shotgun bringt's einfach nicht. Kann ich mir eine andere kaufen? Ist die besser? Ne, sogar noch schlechter. Die macht manchmal mehr Schaden, ne? Welche sind da am besten? Boah, die ist ja nice. Ah, das ist ne Sniper, ich steppe. Schnellfeuer. Hier. Die ist gleich. Macht aber deutlich mehr. Ich kann doch nicht mehr anvisieren. Ich bin so schlecht. Sorry für die schlechte Runde, liebe Zuschauer. Ich hoffe, es wird nächstes Mal besser. Oder ich muss nach dem Spielen von Counter-Strike aufnehmen. Ich bin so schlecht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenigstens einen umgebracht, Amanakoi. So, der Enforcer ist wieder auf einem neuen Level. Nehmen wir den Mechaniker. Der hat so eine kranke Waffe, Alter. Run in my gun, jawohl, Alter, du Spasti. Ich spawner doch! Das kann doch nicht sein! Genau! Höre! Verdächtiger Fettgenagel! Sabotage, alles klar. Ja, die Runde ist zu Ende. War nicht ganz so optimal dieses Mal. Ich hoffe nächstes Mal, wenn ich wieder einen Shooter gespielt habe und wenn ich wieder reingekommen bin, dass es besser wird. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao Leute, euer MH2695 und ich danke euch wieder vielmals fürs Einschalten und wir haben sogar noch gewonnen. Amina!